Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Runde von T...T...T...T... Ich wollte ein Feuerwerk fliegen lassen, aber ich bin irgendwie hier falsch. Ich hätt gern einen Kaffee. Boah, Kaffee hätt ich auch gerne. Tee, ach, ich hätte hier... Curry, Curry! Ah, Curry! Wow, okay! Danke, komm ich jetzt mit! Was war das? Er hat Feuer gemacht. Das ist ja... Feuerwerk! Also Tobi ist diese Runde nicht dabei, weil er... Ja. Was? Ich bin innocent, also müsst ihr jetzt bei... Einer von euch... Was ist das da am Himmel? Ja, der hat die Karte gemacht, das kommt immer... Aber da ist doch der Curry rechts! Ja, also... Ach komm, jetzt... Jetzt reicht das aber hier! Was soll das aus? Pan, das hast du jetzt nicht... Okay, wir müssen mal ganz kurz gucken, wer von uns ist denn hier jetzt Trader, ne? Ja, Pan, müssen wir gucken, ne? Wir passen jetzt mal die Fakten zusammen. Ich glaube, ich weiß ganz genau, wer Trader ist, Pan. Also ich bin auf jeden Fall innocent, das steht ja in grün. Mhm. Ich kann das euch nochmal buchstabieren, aber das wollt ihr nicht. Mhm, doch, mach mal. Soll ich's buchstab... Oh nein, wer ist das denn? Tobi! Tobi, der kleine Hammerboy! Tobi, nein, lass den... Lass den Tobi in Ruhe, der... Nein, der Tobi will ins Wasser, der darf nicht! Nein, Tobi, nicht, 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 Tobi! Nein, Tobi, tu's nicht, Tobi! Doch, geh, komm, geh! Tobi, der Erik sagt auch, tu's nicht! Nein, Tobi! Nein, Tobi, nein! Tobi, nein! Tobi, nein! Tobi, nein, Tobi, nein, Tobi! Nein! Nein! Was? Was war das? Was passiert da gerade? Ist einfach weggeflogen, das gibt's nicht, ey, das gibt es nicht! Okay, Pan wollte gerade innocent buchstabieren, und zwar rückwärts. T-N-E-C-O-N-N-I. Okay. Na, was sagst du jetzt, ey? D-N-O-C-U-L-I. Dankeschön, Curry. Ja, hab ich auch gut gemacht, ne? Erik, mach du da mal. Dass du sowas machst. T-N-E-C-O-N-N-I. Okay, jetzt sind wir's alle nicht. Tobi spielt mit. Wie er's gerade schnell aufgeschrieben hat, ey. Wer ich? Ja. Wie du mich schon wieder vernächtigst! Aus Prinzip vernächtig ich schon. Das gibt's doch gar nicht! Hey! Hey! Was denn? Tobi lebt wieder! Curry! Wo, 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 wo ist er? Hier! Draußen! Hey, beim Feuerwerk? Nein! Nein, 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 auf der anderen Seite. Ach so, okay, hm. Tobi! Aber das ist jetzt nicht die ganze Zeit, warum ist er die größte? Tobi! 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 Tobi, da bist du ja! Tobi! Wir haben dich lieb! Tobi! Nein! Nein, Tobi, tu es nicht! Warte, ich stell mich hin, dann kann er nicht durch. Tobi, stopp, stopp, Tobi, stopp! Es reicht jetzt, Tobi! Tobi, tu es nicht! Du hast doch Tobi vor dir! Hier wird's nicht umgebracht! Du bist doch so ein Hammer, Tobi! Du kannst dich nicht umbringen, Tobi! Ey, ey! Tobi! Lass es, lass es, lass es, lass es, lass es! Lass es bitte! Lass es bitte, Tobi! Lass es bitte, lass es weiter, lass es wieder! Was hat der getan? Der wollte uns runterschubsen! Nein! Tobi, nein, stopp! Tobi, tu es nicht! Nein! Tobi! Der ist einfach ersoffen! Lass es mal wieder! Tobi! Tobi, Tobi, Tobi! Bleib! Bleib! Tobi, bleib, bitte! Du hast doch dein ganzes Leben als Hammer wollte! Tobi, bitte bleib! Tobi, bitte tu es einfach nicht! Nein! Warum hast du das getan? Nein! Hä? Tobi, guckst du, da bist du ein Hammer-Typ! Ein Hammer-Typ! Er kommt einfach wieder weggeploppt! Tobi? Tobi? Hm? Hä? Was? Hä? Hä? Was macht der denn für Zauber-Moves? Tobi, mach das nochmal! Ich bin der Hammer! Ey, 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 ey! Komm, Strader! Komm, Strader! Tobi! 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 Ich will die auch nicht machen! Nein, keine Wunde mehr! Scheiße! Hey! Ja, hau in! Tobi! 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 Boah! Feine Strader! Nein, wir haben es ge... Tobis Hammer kommt von Obi! Tobi! Ah, kuscheln! Kuscheln! Boah! What the fuck! Tobi kann Breakdance! Boah! Das ist voll der Magician! Das ist voll der Magician! Voll der Magician! Voll cool! Tobi! Warte, warte, warte! Was ich schon immer mal machen wollte... Was denn? Tobi? Überleg's dir genau! Warte! Was machst du denn, Tobi? Was genau so was darstellen? Was machst du denn, Tobi? Was? Was? Prübel dich mit Mama! Achso, ich dachte mir jetzt mein Gericht! What the fuck! Pan! Nein! Wie Pan? Ich steh hier! Was war das denn, Kevin? Was war das denn gerade? Was war das denn gerade? Oh Mann ey! Wie er am Schreien ist da! Ah! Ich wollte mir eh was lustiges überlegen, ne? Okay! Kade! Hey! Hey! Tobi! Du bist wieder da! Tobi ist da! Du bist ein Hammer-Typ! Tobi ist ein Hammer-Typ! Wahnsinn! Ich töte Tobi jetzt direkt, weil er Traitor ist! Ich weiß es! Der Wahnsinn! Tobi! Guck mal wie die Wände hier langsam aussehen, Alter! Wahnsinn! Tobi! Du bist ein Super-Typ! Du hast nicht gepasst! Tomat! Huch! Huch! Was ist das denn? Hä? Ey Feuerwerk! Ui! Warte, warte, warte! Was denn? Hast du was zu schreiben gerade da? Oh Tobi! Kannst du das notieren, dass der mit dem Hammer und dem Tobi... Ich brauch die Idee für's Thumbnail. Ich vergesse das doch bestimmt wieder. Mann, das ist voll gruselig! Ich hab dir jetzt nichts zu schreiben da! Du bleibst jetzt hier drin! Ja, aber du hast bestimmt was zu schreiben da! Hä? Ihr bleibt jetzt alle auf dem Schiff! Alter, du willst mich ablenken und dann wegschießen! Tobi, weißt du was sie, glaub ich, machen will? Hä? Ich glaube, sie will, dass du schreibst und dadurch abgelenkt und sie kann sagen, du wärst im Track. Was? Das kann auch sein! Nein! Oh, danke! Also auf jeden Fall sehr verdächtig! Sehr verdächtig! Hä, wieso liegt... Was ist denn jetzt los? Wieso liegt denn der Stroh rum? Tobi! Ne, was denn? Hey Curry! Tobi! Was denn? Ähm, Tobi! Ich glaube wir haben ein Problem! Curry! Curry! Ah! Eisberg voraus! Curry! Die Map und die beiden da, ne? Was? Sag mal, bist du bescheuert? Was denn? Hartz-Steuer-Mord! Wir singen! Wir singen! Das hast jetzt von deiner Porno-Rakete, Tobi! Hast jetzt davon! Toll! Hier! Geil! Toll Curry! Boah, du kannst aber ganz schön oft, Tobi, ne? Oh! Also die Rakete abschießen! Die Rakete abschießen! Ja! Feuerwerk! Und sie geht immer ins Ziel! Was geht denn mit dem? Vor allem die explodiert in weißen Farben! Das ist voll lustig! Ah! Ah! Ich werd geschossen! Hilfe! Von unten! Run! Hä? Was denn? So löse ich kommt diese scheiß Leiter hier nicht mehr! Alter! Ich bin in der Grundbewegung! Nein! Das gibt es doch nicht! Alter! Was ist das denn? Hä! Was? Wenn sie sich verarschen! Was war das denn gerade für eine Aktion! Was denn da war ich los? In nichts, ist alles gut gegangen! Es ist alles gut gegangen! Was war das denn? Was ist was? Was ist was? Aua! Was? Hä, wieso komm ich denn da nicht drauf? Hä? Tobi? Ja? Okay, Curry! Alles gut, ich such grad den Erik. Okay, der Curry ist also nicht mehr am Leben. Was soll das für eine Aktionen gerade? Komm mal her kurz, ich hab was gefunden. Ja, okay. Tobi! 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 Was habt ihr gemacht? Alter, der Jetpack ist so scheiße! Alter, der Jetpack ist so scheiße! Alter, Tobi! Hä? Ich bin an Bord gelandet übrigens, ich bin woanders gespawn. Hä? Alles so geil, ne? Boah, der Jetpack da muss ich echt noch üben. Das ist, äh, das Wunderwerk für sich. Ach Quatsch, das war super. Tja, scheiße. Hätte ich mal sofort das Fass bei dir auf den Kopf geschossen. Als ich's gesehen habe. Ja, du musst direkt da drauf ballern. Das ist so geil. Hätte ich früher geschaltet, du warst nämlich noch mal im Traitor. Äh, nee, gar nicht. Nee? Ich seh immer nur so aus, weil ich keine Ahnung von dem was ich mache. Achso, okay, gut. Ja. Das ist ja okay. Was war das denn? Was? Was, Pan? Koffer von Bord. Warum habt ihr das getan? Tobi, lass das Gepäck! Nein! Mann! Hey, könnt ihr mal bitte... Was denn? Was denn? Was denn? Was denn Arsch! Hä? Was denn? Curry! Er hat einfach meinen Kopf weggeworfen. So eine Arschlochsau. Curry, hast du den Tobi hier getötet? Nee, bin ich nicht mit einverstanden jetzt. Curry! Curry Curry ist Traitor. Ich bin nicht Traitor. Aber er hat mein... Versteck. Pan, wenn du nicht Traitor bist, ist Curry Traitor. Nein! Er ist mir entgegen geflogen, der Tobi. Deswegen, äh... Äh... Kö... Äh... Aber da stand... He was a innocent stand bei mir gerade. Naja, ich hab ja seinen Körper gerade gefunden. Also wenn der Tobi innocent war... Pan? 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 Jetzt geht es nur ein halbes Stunde so machen. Curry? Curry bist du innocent? Curry? 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 Wie unauffällig er da oben hockt. Der alte Bastard. Boah! Was? Was Curry? Was? Jetzt raste ich aus. Ich komm mit meiner Gangstraßen, Junge 82! Was? Ich war TKKG, Junge. Verstehst du? Ich mach ernst. Ey, wo bist du eins gegen eins, Mann? Okay, komm. Faustkampf, Junge. Faustkampf. Wenn du mutig bist, wenn du Bolloxer hast, alter Faustkampf. Ich hab nicht gesehen bei McDonalds, wie du geklaut hast. Nein, das gibt's doch nicht. Scheiß Jetpack, Alter! Strasse aus, ey! Ich stand einmal schon hinter dir. Ich stand einen Meter hinter dir. Ich hätte nicht locker wegschießen können. Warum bist du ein bisschen geflogen, oder was? Ja, irgendwann kann man nicht mehr abbremsen, ey. Leute, seht ihr jetzt, warum wir immer die Babygun benutzen? Ja, es ist einfach sinnvoller. Es ist sinnvoller. Wir versuchen, wir kreativ zu sein. Wir sind Idioten. Damit muss man einfach rechnen, wenn man hier guckt. Das ist doch nichts Neues auf dem Channel. Also bei Tobi. Pan, was hast du gemacht? Ich bin, ich bin ins Wasser, ich wollte ins Wasser springen. Ich wollte ins Wasser springen und bin wirklich genau aufs Rettungsboot gefallen. Oh. Das Geile ist, ich hab, man hat ja auch als Trader so einen Defibrillator, kannst du Leute mit wiederbeleben. Was? Echt? Ja. Ja. Das muss man machen so als Traitor, weißt du? Das muss man ganz alles machen, wenn du halt zu zweit bist, ne? Achso. Ich wollte das gerade machen. Das wäre voll lustig gewesen, weißt du? Achso. Ja, ja. Dann hätte ich gesagt, ich bin Medic, ich bin's nicht. Ach schön. Oh, mein Oberteil rutscht so. Oh geil. Ne, jetzt sieht man meinen Bauch gerade, wie der da so rauskommt. Flop, Flop, Flop. Orca. Ne, hier gerade im Meer. Ja. Ja, was denn? Dankeschön. Du bist voll nett zu deiner Freundin, ey. Weißt du, den anderen so, Flop, Flop, da ist okay. Weißt du, wenn ich ein Mützchen mache, dann bin ich sofort wieder Traitor. Was? Was machst du denn für ein Scheiß immer? Warte mal, warte mal, wer ist hier oben? Wer ist hier oben? Curry, Curry, komm mal bitte einmal kurz hin. Curry, komm mal mal die Oma. Achso, dann hast du das schon gesehen. Warum? Hast du das rote Schild hier gesehen? Ja, was ist damit? Weiß nicht, was heißt das denn? Wer steht denn da? Nicht mal. This vessel has triple screws, keep clear of blades. Ja. Irgendwer hat C4 gelegt. Irgendwer hat C4 gelegt. Ja, das ging ja schnell. Dann war's Tobi. Dann war's Tobi. Warum war ich das? Dann kannst du Tobi gewesen sein, weil wir zu viel sind. Weil wir gerade zu dritt hier zusammen sind alle. Hä? Hä? Was war das denn? Also Tobi legt zumindest immer ein C4. Ich kenn keinen anderen, der so viel C4 liegt. Hä, was fliegt hier gerade? Was ist denn da los, Alter? Da ist es. Tobi? Ja? Tobi? Die beiden anderen waren gerade hier vorne. Also musst du's gewesen sein. Na klar, die waren, die sind auch gespawnt, ne? Die waren da die ganze Zeit schon. Hä? Nein, Pan und ich. Ja, aber wir hätten ja... Einer von uns wäre ja mindestens innocent gewesen. Ja. Also der hätte das ja gehört direkt. Tobi! Wo bist du? Tobi! Komm her! Komm Tobi, komm! Kuscheln Tobi, kuscheln! Mann, wieso gehen die Türen nicht auf? Kuscheln Tobi! Tobi, kuscheln! Tobi, kuscheln! Kuscheln! Hey! Wer ist das? Achso. Das bin ich. Tobi! Tobi, wo ist das? Tobi! Wie ist das Tobi? Tobi, warum sagst du nichts mehr? Tobi! Dadurch bin ich ja gar nicht mehr da. Der will sich konzentrieren, weil er sich... Konzentrieren. Der will sich konzentrieren, der Angelo merkt der da. Der ist schon wieder da pinkeln. Ja. Während er am Rechner sitzt. Schade Tobi, ne? Ähm, was war das? What? Was? Was? Ähm... Tobi? Curry? Curry, du kannst demnächst Videos bei Flying Uwe machen. Wie sieht's aus? Curry! Was hat der getan? Boah! Gib's ihm, Pan! Gib's ihm, Pan! Gib's ihm! Wann triffst du? Was ist das denn? Josh! Komm, hilf mir! Jetzt hilf mir! Pan, wo ist er? Wo ist er, Pan? Auf'n Schiff! Hä? Pan! Ah! Das ist die Mega-Hilfe! Warte doch, Pan, warte jetzt! Warte, 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 warte! Ich hab' keine Muni mehr! Moment, Pan, Pan, bleib mal locker! Warte, Pan! Nein! Pan jetzt, Pan! Naja! Tobi! Ja! Mach' da sogar noch'n Spagat vor Freude! Ich hab' keine Muni mehr! Nimm' mich im Arm! Der hat mich beleidigt! Hä, warum hast du zwei davon? Was ist das? Was ist das für Tobi? Was ist das für Tobi? Dreiham! Dreiham! Sorry! Das ist Potato Launcher und Metal Launcher! Ach, den Potato Launcher gibt's ja auch noch! Ach, den haben wir noch nie gemacht! Stimmt, der ist voll fies, Mann! Ich wollt grad' sagen, warum hast du zwei Schüsse gehabt, ey! Wie du weggeflogen bist, Alter! Ich bin richtig vorm Schiff weggeflogen, ey! Boah! Aber weißt du was, Tobi? Ich werd' dich jetzt instant killen! Weißt du, warum? Ja, weil ich Traitor war und das wusste... Weil ich's kann, Tobi, weil's kann! Weil der Traitor bist! Weil's kann, Tobi, dann's egal! Aber nicht, wenn ich zuerst instant kille! Ja, Mann! Dann komm da her, Tobi, komm! Lili-li-li-li-li-li! Komm her, Tobi, komm! Ich komm, Tobi! Ich komm von der Leiter nicht mehr weg, warte mal so jetzt! Komm, Tobi, komm! Ja, komm! Töne mich los! Ich hab' eh keine Waffe, also kill mich, komm! Wuhu! Komm, Tobi, hm? Ich töte mich nicht gleich sehen, ich werd' dich einfach killen, ne? Ich hasse diese Türen! Ja, ich auch! Komm, Tobi, komm! Komm, Tobi! Komm, Tobi! Komm, Tobi! Komm, Tobi! Komm, Tobi! Komm jetzt! Komm, Tobi! Komm, Tobi! Komm, Tobi! Hey, sprich doch, Tobi, willst du mich verarschen? Hast du mich grade gehauen, oder was? Scheiß, Alter! Du stresst, oder was, Tobi, hä? Nee, wer ist denn hier wer? Nee, wer ist denn hier wer? Du her, Alter! Hey, warum hast du... Alter, der Körri hat Pan gehauen! Hey, du warst das nur Abschloch! Nee, nee, stimmt gar nicht! Warum hast du das gemacht? Du Wichser! Du bist so ein Wichser! Der Körri hat Pan gehauen! Popoloch! Du warst das nicht so böse! Scheiße! Alter, Körri, ich bin gleich tot! Ja, ist mir doch scheißegal! Du hast den Kampf angefangen, also kannst du ihn auch beenden! Komm, komm! Schlag, komm! Schlag mich, schlag mich jetzt! Hab die verschissenen Eier und kill mich jetzt los! Schlag mich jetzt! Schlag mich! Warum soll ich die... Warum soll ich die schlagen? Was ist denn bei dir verkehrt? Bin du nicht so ein Wichser wie du? Ah, Pan ist es! Scheiße! Ach komm, scheiß drauf! Wo ist denn der Potato Lounge? Ich will den ausprobieren, so ein Scheiß! Ich hab den noch nie gesehen! Ah, ich wollte grad schießen! Ich wollte grad Curry töten, ey! Oh, was ist das hier für eine bescheuerte Waffe! Ich kann damit immer irgendwie... Ach ja! Ach ja! Damit kannst du Leute runterschubsen! Das ist so geil! Du kannst da Leute mit vom Gebäude stoßen! Oh, wir haben nur 17 Minuten! Ach, das ist die! Okay, okay, okay! Sollen wir noch eine? Komm, ganz schnell! Schnell! Welche, welche, welche? Kasino! Was? Haben wir noch nie gespielt! Haben wir noch nie gespielt! Casino! Aber Airbus hatten wir auch noch nicht, ne? Doch! Doch! Ja! Aber Casino hatten wir noch gar nicht, Leute! Also wir waren da kurz mal drauf, aber wir haben es noch nie gespielt! Ah, die Runden längst sind so farb! Oh, der Schütter ist beim Erik damals CTT abgeschmiert! Ja, genau! Also, eine neue Map, Leute! Hihi! Casino! Bambino! Und Vino! Rot oder Schwarz, sag's mir! Was ist deine Zahl? Was ist deine Farbe? Wir müssen vielleicht für die nächste Auge nochmal nach neuen, äh... Ja, ja! Neun Trailerwaffen und neuen Maps abmachen wir, Tobi! Kannst du uns... Ja! Jetzt wo der Erik sich an die Trailerwaffen gewöhnt hat, machen wir einfach... Mh, toll! Jetzt wollte ich auch mal die Metal-Launch ausprobieren! Ja gut, man muss die ja nicht löschen! Du kannst ja trotzdem einfach weitere hinzufügen! Hm! Weißt du, Tobi? Weißt du, Tobi? Ich hab das Icon davon jetzt gar nicht gefunden! Das ist immer doof, ne? Dass man das irgendwie nicht so richtig sieht und bla! Ich bin da immer so ein bisschen überfordert beim Trailer-Menü! Oh, Tobi! Ich weiß jetzt, wie der Backpack aussieht, äh, wie der Jetpack aussieht! Oh, Tobi! Oh, Tobi! Du, 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 du... Du, 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 du... Und der lädt dann so schnell, dass du mir die anderen nicht sehen! Bei Tobi aufm Klo... Aniita! ...den Kackhaufen! So... Hä? Hey, was ist denn mit euch das? Warum steht hier so komisch? Weiter geht's! Warum, warum sagt ihr... Wir können nicht alle mal! Pandoria! Ich hab Pandoria! Boah, cool! Ah, die Map hab ich schon mal gesehen! Curry, alter Poopy Hast du mich grad beleidigt Pandora? Hast du mich grad? Du hast mich eiskalt beleidigt und das gibt's nicht Unfassbar was die hier in TV abliefert Un... unfassbar Ok Curry, du musst aber einsehen, du bist schon ein Poopy Ja stimmt, ich bin... Aber das muss man mir ja nicht auf die Nase reiben Curry hat auch einen Song, ne? Der heißt Chipoopy Tobi, ich bring dich um Family Guy, kennt ihr das nicht? Nein, kenn ich nicht Tobi, du bist nicht lustig Ihr müsst Chipoopy mal bei Youtube eingeben, ist lustig Ja komm, kill mich los, du Spacken, alter Ohohohoho Was willst du, hä? Hör auf Tobi Piss dich Wie war das nochmal mit G, ne? Ey! Nein Tobi, oh sorry Curry Traitor Curry Traitor, alles klar Curry, wo bist du? Nein, der Tobi ist grad in meinen Schuss gelaufen Als ob der Curry nicht weiß, was er macht Das sagst du doch abends immer Ich wollte auf die Wand schießen, aber bist du los? Er schieß mich Ich setz mich jetzt hier mitten aufm Tisch Das muss ich Roulette spielen, komm Da ist Curry? Okay, tanzt doch mal ein bisschen hier Strip doch mal ein bisschen jetzt Boah Was macht ihr? Curry zittert Vor Aufregung Curry hat irgendeine Krankheit Er ist Tobi in den Schuss gelaufen, deswegen ist er ganz aufgeregt Alter! Was denn er doch gesagt? Weiß ich, wie weit du schießt Pan Ich weiß was du hast Ja ne scheiß Waffe Nee, ich weiß was du hast Was hab ich denn? Was? Hey, ich hab den Schrotfilter eingeworfen Achso, gib mal Gib mal, sagt sie Gib mal Ich kann mich verteidigen Ja klar Ja dann kann er ja kein Traitor sein, oder? Guck dir meine Hangmanzeige an Ich hab 57 noch, der hat mich abgeknallt Ja weil du mir nen scheiß Schuss gerannt bist du unfähiger Als ob du nicht weißt, wann du schießen musst Curry, komm Ich weiß immer, wann ich schießen muss Alter Wer schießt da? Wer schießt da? Wer schießt da? Tobi schießt Tobi, ich will nicht in einen Schuss rennen Ach Tobi, komm Bitte lass mich nicht in einen Schuss rennen Schade, okay, okay, schade Leute, bei einer Schrotflinte kann das passieren Ja klar, ich schieß, wenn ich eine Schrotflinte sehe Ich schieße immer noch Leute auf Hey, ich hab doch nicht Ja eben, ich hab nicht auf dich gezielt Tobi Nee, überhaupt nicht Ja komm, ganz ehrlich, dann sei doch leise Und verziehe dich aus dieser Lobby Komm, geh Wenn du darauf bestehst, dann kann ich dich auch gerne direkt erschießen Tobi Ja, mach bitte Komm, schieß mich ab jetzt Hä, soll ich? Schieß mich ab? Nö Los, mach Nö Ja, ich schmeiß meine Waffe weg, komm Pan Pan, 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 Pan Nimm mal grad die andere Waffe da, was du grad da hattest Hä, ich hatte keine andere Waffe Doch, 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 doch Du hast grad geswitcht Du hattest grad ne andere Waffe Welche Du hattest grad ne andere Nein, 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 ja, das kannst du mir jetzt sonst noch hinwerfen So, welche, welche Waffe? Nein, 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 der Pan, du, ich bin nicht doof Nein, welche Waffe, welche Waffe denn? Bin ich doof Bin ich doof? Oh, Curry, sag mir weh Boah, du bist voll gemein Darf bitte meine Waffe aber wieder, um mich zu verteidigen, vielen Dank Nö Oh, coole Map Komm, erschieß mich Pan, komm Mach Curry Ich guck mir voller Faszination die Map an Tobi Boah, geil Tobi Ja Jetzt bin ich in Ruhe Ah Wo ist bin ich? Ich bin zu Ich bin zu Pan, ich hab die Waffe gesehen Welche Waffe denn? Bist du Margret? Ja, ohne Scheiß, ich habe keine Pan ist Margret Wer ist Margret? Von, äh, was? Äh? Mag, ne, wie hieß sie? Maguire? Ach so, du meinst Resident Evil? Äh, hieß sie Margret? Hieß sie nicht Margret? Hieß sie nicht Margruhe Rüde? Oder irgendwie so? Maguire, Maguire irgendwie, ne? So komisch Ja, Maguire hieß sie Ich kenn die nur unter Margret Hey, aber er sagt doch am Tisch Margret, sogar Ja eben Das sagt er gar nicht, ey, komm, wie ihr gar nicht hören könnt Hä, natürlich sagt er das Natürlich sagt er das Mach mal, hol mal deinen, deinen Ey! Pan! Pan? Pan? Also jetzt nichts zu sagen ist natürlich ein bisschen Hä? Wie ich einfach direkt auf den Tobi geschossen habe Ich hatte noch einen Einen Lebenspunkt Ey, so ein Scheiß Curry? Pan, wann hast du den? Ich bin die ganze Zeit hinter dir hergelaufen und ich konnte nicht abdrücken, weil du mir vorher den Shotgun gegeben hast, ey, das ist ja furchtbar Ich konnte nicht abdrücken, ey, das ging nicht Hä? Ich konnte das, bei Curry konnte ich das immer ziemlich gut Ja, im Abdrücken bist du sowieso ganz gut, Tobi Ja klar Wenn ich dir wieder vor die Füße scheiße, ne? Junge, ich, ganz ehrlich, Bums Ganz ehrlich, irgendwann, irgendwann, ne? Was willst du Bums, ey? Komm, sag, 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 sag Was ist denn da, hängt wieder der Hausschägen schief bei euch? Hausschägen? Der Hausschägen Das sind aber die vom Curry, vom Kirby-Fan Nein Pan, lass es! Hm? Hm? Von wem? Wer ist denn Furby? Von Kirby-Fan-Clop Äh, Fan-Clop 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 oder was? Der Fan-Clop Entschuldigung Oh cool, wer ist da bei mir? Ah, aber ah nein! Weg der, ich mach die Shotgun nicht Ey, Curry Curry, ich bin hier mit den Curry, hier ist ganz viel Geld Äh? Zumindest Tobi, Tobi schmeißte da die... Ich mach jetzt der Tor zu Kannst du gar nicht? Ey Code eingeben 1 0 0 1 2 Boop Bin bei Erik Boop Bin bei Curry Vorne er, hinten ich Wir sind alle hier Staff only, ihr dürft nicht rein Wir sind alle hier Staff Aber wie hochwertig die Map ist, ne? Also jetzt mal ganz kurz Ja, die ist mega Aber wir sind doch grad im Erdkopf Oh 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 Was ist hier? Achtung Was? Vorsicht Hab grad Ey Pan ist scheißen Traitor Traitor So Leute, ihr seid viel Also ihr vertraut euch viel zu sehr Das ist nicht gut Alles klar Ja, ich bin Traitor Ja, ich bin Traitor Erik, alles klar, Erik Hä, warum hast du da weggebracht? Oh Maaan Maaan Was ist denn immer los? Ich will auch mal auf die Musik gehen Ich will auch mal auf die Musik gehen Hey Pan Ich will einfach sagen Maaa Muss auch nicht wahr sein Aua Ey Was war das? Tobi, du bist ein richtiger Dexter Du falsche Stück Scheiße Ja Oh Maaan Tobi, ich erschieße dich jetzt, ist mir scheißegal Ja, meine Fassel Sofort Lass wüsste ich wie viel folgen, ne? Ja, mach ich jetzt auch Ja, mach ich halt, Jungen Du bist mit der Klautzerale Curry Ja, nein Ich will die sofort wieder Danke Ich will die sofort wieder Danke So, willst du wieder zurück haben? Nee Ich bin ganz glücklich Ja komm Wenn du Traitor bist, dann darfst du mich jetzt nicht Nein, ich nehme die nicht Achso, ich bin Traitor Nein, ich nehme die nicht Ich finde schon wieder keine Waffe hier verflucht auf der Map Curry Ja Nein, ich will die jetzt auch nicht Aber die ist doch defekt, nimm die bitte. Meine Güte, ihr meint das auch mal gut, ne? Du hast keine Waffe. Da ist deine Waffe, geil. Shotgun! Nimm doch einmal die Waffe. Was geht ab, Leute? Was geht denn hier ab? Private! Curry, warum schießt du auf mich? Ich hab nicht auf dich geschossen. Ja klar. Nein. Au! Das wüsste ich. Ich hab mir kurz weh getan, warte. Ich hab Jean Pütz noch im Nacken gespürt. Ich hab so Angst, ich hab so Angst, ich hab so Angst, ich hab so Angst. Einen Moment! Ah, Hilfe! Pan, bitte! Wo bist du? Was ist denn das für eine Schmierung-Komödie, die da abläuft? Ich bin, hä, ich hab da, ja, hallo. Curry? Was macht der, Tobi? Curry? Curry? Curry ohne Schein, wie der einfach lügt! Alter Curry, das ist die schlechteste Schmierung, die ich jemals gehört habe. Ich hab kurz was getrunken. Ja, komm! Wollt ihr mir jetzt unterstellen, dass ich lüge, oder was? Ich musste mich in meiner Selbstverliebtheit laben, ich konnte gerade nicht. Wollt ihr mir jetzt etwa unterstellen, dass ich hier lüge, oder was? Ja klar. Das ist ja unter aller Sau. Ja, tue mir leid. Unverschämt. Sind wir eben. Ach guck mal, wie schön. Neues Bild. Neues Bild von Tobi. Curry! Curry! Warte mal kurz. Curry! Wo bist du? Warte mal kurz. Wie geil! Tobi? Wie geil! Tobi? Wie geil! Hä, was denn? Tobi, Tobi, guck mal, Tobi, guck mal! Bist du denn? Komm zurück! Komm zurück! Guck mal, Tobi! Was denn? Ich will aufziehen! Neues Premium Bild! Voll geil! Äh! Hier an der Wand! Hä? Wo gehen die coolen Sachen denn hier ab? Da! Geil! Hier köm ich Dildo für deine Mutter. Hä? Was? Boah, Alter, jetzt geht's aber los. Wo seid ihr denn? Ach da! Hallo! Mach doch einfach Radar an, Pan, geht doch! Hier! Hier! Pan, wo bist du denn? Hier! 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 Ah! Na! Na ja! Na ja! Das ist viel cooler! Das passt ja perfekt! Warte! Nein! Nein! So, ich geh lieber! Curry! Ja! Wo bist du? Ich laufe rum! Der hat sich voll vorbereitet! Es gibt hier keinen Traderraum, wenn du meinst... Nee! Aber du hast dich schon vorbereitet! Wie der Erik schon sagt! Warum weißt du denn das? Ich bin mal Curry! Ich bin mal Curry! Ich bin mal Curry! Ich bin mal Curry! Wieso weißt du, dass es hier keinen Traderraum gibt? Weil ich die Karte kenne! Ich bin mal Curry! Tobi, halt die Schnauze! Komm! Kill mich jetzt endlich mal an! Kill dich gleich ganz woanders! Oh! Hä? Ja! Traitor hat nur noch 4 Minuten 15! Leute! Wir haben 29 Minuten! Lass doch mal Traitor raten spielen! Ich sag der Erik ist es! Okay! Ich sag der Curry ist es! Ich sag der Tobi ist es! Ich sag ich bin es! Ich bin es! Was hab ich hier gefunden? Was zum Teufel ist das? Hallo! Guten Tag! Guten Tag! Guten Tag! Guten Tag! Der hat ja die Panik gesagt, der Erik ist es, ne? Ich hab gesagt, ich bin es! Ah, okay! Dann ist gut! Willst du direkt wieder auf mich schieben? Ja! Weil ich dachte gerade... Ist ja ganz entspannt hier, ne? Kann man ja machen so! Machen wir mal ein bisschen! Ah, der Curry hat grad ne Baby abgeschossen! Das hab ich doch gehört! Hey! Ich hab kein Baby geschossen! Irgendjemand hat grad ne Baby geschossen! Der Curry hat sich sowieso die ganze Zeit schon so komisch benommen! Warte mal, wer ist das? Ja, Pan springt direkt drauf an! Danke, Pan! Curry! Ja, er schießt mich halt! Der Curry hat zumindest gerade... Der Curry hat zumindest gerade genau da gelabert, wo die Babygun abgefeuert wurde! Okay! Genau da hat er angefangen zu quatschen! Okay, dann... Das Geile ist, es war diesmal blöder Zufall! Das ist wirklich geil! Ha! Das ist dann diesmal... Ah, dann Zufall! Ne, ernsthaft! Das ist kein Witz! Das Geile ist, wenn die Runde gleich zu Ende ist, dann werdet ihr euch so an die Stirn fassen! So, oh, scheiß! Warum haben wir das getan? Was? Hä? Dann labert der! Ja, macht ihr mal! Ich sag, der Curry, der ist Traitor! Ich sag, der Curry ist der Boy! Das ist ein Boy, der Curry ist ein Boy! Er ist so ein Boy! Wo bist du denn? Wo bin ich überhaupt? Wieso bin ich andauernd in diesen komischen Raum hier vorne? Ich werde jetzt die Map erkunden! Okay, es sind nur noch 2 Minuten 40! Oh mein Gott, ist das schön! Oh mein Gott, ist das schön! Oh, ist das so schön! Das ist so schön! Oh, ist das schön! Oh! Frank! Was? Frank! Achso! Das ist so schön! Boah, wie schön das einfach ist! Du schöner! Ja! Ja! Wie lange geht das Spielchen jetzt noch weiter? 2 Minuten! 2 Minuten! 2 Minuten! 2 Minuten! Pan ist es! Ich sag's dir, Erik! 100%ig! Tobi! Ist gut! Ich hab dich schon rausgehört! Tobi! Tobi! Was denn? Tobi! Tobi! Siehst du Tobi? Siehst du Tobi? Ich hab' ich doch gerade schon gesagt, dass der Tobi nix mehr gesagt hat! Da hab' ich doch gesagt, wir müssen die Leiche suchen! Hast du Tobi grad gesehen oder was? Nein! Ich wollte nur wissen, ob Tobi noch lebt! Gari! 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 Gari die Wurst! Gari Wurst! Gari Wurst! Du seid ihr denn! Ich bin alleine! Huch! Alter, bei mir freezes gerade irgendwie die ganze Zeit! Also ich tipp wirklich auf Pan, weil die ist vorhin nicht so gut! Ich bin bei dem Baby direkt auf mich angesprungen! Als Traitor würd' ich eigentlich auch auf andere Seite! Erstens, Curry bin ich bei dem Baby auf dich angesprungen! Und zweitens! Nee, Pan auch! Gib dir doch keine Mühe mehr! Ja, wenn du... Ganz ehrlich! Das ist so offensichtlich! Das ist geil, dass du glaubst, du bist dir so sicher, weißt du! Aber du liegst so falsch! Natürlich würd' ich im Leben nie Pan verdächtigen! Ja! 32 Minuten und die Psychospielchen fangen schon an! Ja Pan, du kannst es sein lassen! Hör auf! Das hat ja lange gedauert jetzt! Hör auf, Pan! Hör auf! Womit soll ich aufhören? Curry! Curry! Such mich doch und töte mich! Nee, ich brauch hier niemanden suchen, weil ich niemanden killen muss! Ich geb dir jetzt die Vorlage! Nö! Ich hock mich jetzt einfach in der Ecke und gewinn jetzt die Runde, weil ich überlebt hab! Ja mach das doch! So! Fertig! Wie feige ist man denn? Erik wollte mich jetzt grad... Er wollte jetzt grad totspielen! Nö! Hat er auch probiert! Okay, es ist Curry! Curry! Hä? Warum bin ich jetzt jetzt? Ich hab... Ich hab Tobi grad gefunden! Achso! Deswegen kann ich nur Tobi! Ja! Weil ein König derjenigen der Leute aufhängt! Pan macht das nie! Okay! Er hängt in so einem komischen Wäscheraum! Dann ist es ist Pan! Es ist so ein Witz, ne? Das gibt's nicht, alter! Ich bin es nicht! Doch! Du bist es! Du bist es Pan! Ich bin es wirklich nicht! Ich bin es wirklich nicht! Ja, einer von euch beiden ist es auf jeden Fall! Ja, wow! Dann stimmt Pan! Ich geh nach Hause! Hast recht! Ciao! Nein! Ich sag das sogar noch, wo ich bin! Was geht denn mit dir? Ja, ohne vorbei! Schade, ne? Ja, wer war's jetzt? Ja, Pan! Du bist echt ein Witz, ey! Echt Pan? Du warst es? Ja! Anna! Du kannst mich doch die Curry verdächtigen lassen! Ja! Ich hab's dir doch gesagt, mein Freund! Du warst schon mal eher verdächtig! Hab ich jetzt mal kurz gemacht? Ich hab gar nichts getan! Hab ich jetzt einmal gut gemacht? Boah! Das war eine richtig krasse Traitor-Runde, ey! Ohne Scheiß! Du warst für eine... Wie verlogen! Wie mega verlogen! Ich hab so ein schlechtes Gewissen, mein Freund! Oh, nur unser Wimper zu tun! Ey, nein! Das war mega gut! Das waren die Zuschauer mega gut! Danke, Pan, fürs Töten! Haben wir ja recht! Krass! Kriege ich auch noch genommen, Alter! Hätt ich nicht gedacht! Alter, Curry, ich muss mich da wirklich mal entschuldigen! Ja, ne? Aber du hast dich echt verdächtig verhalten! Ja, sorry, ey! Wegen der Babygun, weil er das gehört hat, ne? Ja, wegen seinem Gesicht auch! Ja, ja, klar! Und er war in der Nähe! Ja, ja, und er hat genau da geredet, als die Babygun losging! Und hat dann aber auch so gut geantwortet immer! Ich hab doch keine Lust mehr, ey! Ich kann sagen, was ich will! Es ist immer komisch! Ja, gut, das stimmt! Äh, Mann! Wie kann man dieses Klavier aktivieren? Schnaufhauen auf die Tasten! Ah, okay! Oder aufziehen! Ich drücke immer E und das tappt nicht! Hey, wer schießt da? Ich hab auf das Klavier geschossen! Das hat mich komisch angeguckt! Hä? Ich glaub, Pan ist verdächtig! Hä? Schnappt irgendwie nicht, ne? Ja! Ich hab auf das Klavier geschossen! Das ist der Erfolg! Scheiße, dieses Klavier so offen zu spielen! Was zum Teufel macht ihr? Hast du grad gekackt? Ja! Hä? Ich brauch Platz beim Duschen! Du bist schäßlich! Du bist schäßlich! Ah, ich hasse mein Gesicht! Ich hasse dein Gesicht! Selbst hast! Ich muss grad lachen! Ich musste grad an eine Facebook-Nachricht denken, die mir mein kleiner Bruder vor kurzem geschrieben hat, irgendwie Ah! Das Struggle irgendwie beim Erik Resident Evil 7 gucken oder selber spielen! Und da hab ich geschrieben, kannst ja beides machen! Und guck beim Erik immer, wenn er sich erscheint, macht der so... Ich hab geschrieben so mit der Tastatur und er so, ich weiß, ich weiß! Der macht echt immer so... Na, ist ja witzig! Das ist voll... Ich find das voll süß und voll lustig! Was mach ich mal? Ja, mein ich ja, aber schreib mal bitte... Mit Buchstaben! Und du fliegst... Du fliegst immer so nach hinten, so... Du fliegst immer so nach hinten, so... Boah, das Spiel doch furchtbar ist manchmal... Ah, 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 ah! Das war die Pan! Hä, was? Was ist denn los? Äh, oh... Sag mal... Wenn ich gleich tot bin, ist Curry Traitor! Meine Nase... Ich hab deinen Popel! Oh, weg ist er! Jetzt nicht mehr! Nein! Jetzt hast du den Oberlippen Bart! Ja! Kann ich mir eigentlich auch... Oh, ich hab ja schon Bart! Sollen wir... Sollen wir... Kommen wir zusammen für die Runde! Für die Runde! Das hast du schonmal gesagt! Ich bin... Ich schwöre dir, ich bin innocent! Okay? Okay! Guck mich an, ich bin innocent! Okay! Okay! Ja gut, mit diesem Gesicht, also... So, jetzt tun wir uns zusammen... Wir finden jetzt den Übeltäter! Okay! Dann ziehen wir dann den Zahn! Wenn du Traitor... Wenn du Traitor bist... Oh! Nein, nein, nein! Oh Gott! Nein, nein, nein! Nein! Okay, du darfst dich töten! Ich hab's wirklich auszusehen gemacht! Scheiße! Es tut mir leid! Tobi! Ist das ein Babygun? Ja! Okay! Nein! 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 Pan ist tot! Schnell, geh weg! Pan ist tot! Pan ist tot! Okay, Pan ist tot! Okay, Pan, jetzt kannst du ins Traitor-Menü! Nein! Ich weiß wirklich nicht! Scheiße! Ah! Was ist das denn hier? Was denn? Ich find die Pianomusik schön! Curry, was los? Du bist so ruhig! Curry! Ja, Curry ist Traitor! Moment! Curry! Curry! Ja, jetzt sagt er extra nächstes, damit ihr denkt, ich hab ihn getötet. Wenn ich die gleiche von Curry jetzt finde, dann kann es eigentlich nur, muss ich leider sagen, der Tobi sein, weil ich die ganze Zeit mit dem Erik unterwegs war. Ja, aber ich hab den Curry ja grad die ganze Zeit noch verfolgt. Er wollte die ganze Zeit relativ schnell weg von mir, das ist das Problem. Echt? Hat er einen anderen jetzt, oder was? Ich glaube, ja. Boah, das find ich aber nicht so gut, ehrlich gesagt. Ich werde nur ein Curry sein. Also, Curry, wenn ich dich jetzt sehe, ich weiß, dass du dich jetzt gerade totstellst, wenn ich dich sehe, ich schieße sofort auf dich. Hi! Tobi-Nator? Oh Gott! Was denn? Tobi-Nator! 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 Oh Gott, diese Spielchen! Ich halt das nicht aus! Ich weiß nie, was richtig was falsch ist! Also, ich bin's auf keinen Fall! Soll ich Scree-Shot schicken? Scree-Shot! Scree-Shot! Scree-Shot schicken! Ich hätte gerne eine bessere Waffe, da würde ich mich sicherer fühlen! Hast du eine Shotgun? Ich hab eine! www.kr-nator-Shot schicken! Aber wenn es der Curry ist, dann muss ich ja ja gut versticken gerade... Ah ja... Er kann der, ne? Oh Gott... Es tut mir so leid mit den Schuss... Sorry... Ach Quatsch, ist da nichts passiert. Tja, ich wollte mich mit dir zusammentun! Jetzt hat das natürlich nicht... Ich schieße ja auf irgendwelche Bilder! Curry, du kleiner, her siehst ja Klevinger! Zeig dich! Der Klevianer. So ein Klevianer. Klevinger. Die Klevinger kleben... So, fertig. Äh, warst du gewichst oder was? Nee, ich war kurz kacken. Ach klar, Curry, komm. Oh Curry. Ich hab gerade gesagt, wenn ich dich jetzt finde, ich werde dich sowas von instant killen. Schön, das ist aber ein Kill auf Verdacht, ne? Nee, du hast die ganze Zeit nichts gesagt. Ja, weil ich kacken war. Du hast doch nicht gesagt, dass du kacken gehst. Dann wärst du aber rausgeflogen, wie Tobi vorhin. Nein, ich meine, im Spiel war ich kacken. Ja. Hey, ich saß gerade auf dem Klo. Nein, was? Sagst du nicht, weil ich saß gerade auf dem Klo. Ja, es gibt auch nur ein Klo in dem Hotel, ne? War der Curry, ein Traitor. Tobi war... Was machst du, Alter? Nur guck, wie du reagierst. Willst du mich verarschen? Du bist für mich der absolute Traitor gerade. Ach so, toll. 37 Leben. Ja. Das Geil ist, wenn das jemand anders von euch gemacht hätte, ne? Dann wär ich sofort verdächtig worden. Ich werd immer verdächtig. Du wirst ja grad verdächtig. Ich werd auch mal verdächtig. Du hast ja... Du hast in-game Kacken und hast deswegen ne Stunde lang nichts gesagt gerade. Die ganze Stunde lang. Also, das ist ja nicht so verdächtig verhalten. Muss man ja genießen. Dann findest du, dass es kein verdächtiges Verhalten? Ja. Wir genießen schon... Ne, das Geile ist, ich sag nur, wenn jemand von euch ruhig ist, dann wird immer die Leiche gesucht. Aber ich bin trotzdem... Ich bin dann immer derjenige, der dann... Wir haben doch gesagt, ich such deine Leiche. Ja, auf jeden Fall. Hä, natürlich hat die Pan das gesagt. Ich glaube, wenn ich die gleich nochmal sehe, ich tue dich einfach. Okay, ich spule bitte nochmal zurück, liebe Leute auf den Kanälen. Ich habe das gesagt. Pan hat das wirklich gesagt, ja. Der Curry wird uns verwirren, das ist das Ding. Ich bin hinter dir, Pan, ne? Nicht ausstecken. Ich bin schon eine ganze Zeit hinter dir. Was denn? Ich vertraue dir jetzt. Ich lausche die ganze Zeit hinter dir. Ich hätte dich so gar... Ach ja, wieso bist du hört? Weil ich das... Entschuldigung. Toll. Ich reite mich immer mehr rein hier. Was soll das? Pan ist traitor. Nein. Aber warte mal, warum glaubst du mir eigentlich? Warum bist du dir so sicher, dass ich kein... Bist du selber traitor? Nein. Nein, du bist ganz... Nee, klar, ich muss es immer sein, Pan. Das braucht gar keinen anderen Verdächtigen. Glaubst du jemanden, die unschuldige Rolle zu schieben? Du bist... Okay, wer ist hier... Es muss irgendjemand sein, der hier die Geheimräume kennt, offenbar. Es gibt hier keine Geheimräume. Ey, cool. Ich auch. Geh doch rein. Gibt es nicht. Ich komme da nicht rein. Ich weiß, wie das geht. Hä? Ja, ich kann da nichts dafür. Hä? Geduckt bleiben, wenn das... Ja, ich bin geduckt. Ja, klar, Curry. Hä? Willst du mich verarschen? Ich bin geduckt, aber ich komme nicht rein. Ich mache dir den Jam. Jetzt aber. Geh. Okay, Tobi, lebst du noch? Ey, das ist jetzt aber doof hier. Ich bin jetzt hier alleine mit dir und hier geht es nicht weiter. Warte. Tobi? Tobi ist tot. Oh Gott. Tobi ist tot, Curry ist Traitor. Nein, ich bin nicht. Ich bin nicht. Ich bin nicht. Ich bin nicht. Ich bin der Traitor. Ich habe mich überhaupt nicht von dich folgen. Ne, habe ich auch nicht. Null. Das Geile ist, egal was ich sage, ich bin immer verdächtig. Wie ist denn Tobi gerade gestorben? Ich habe ihn umgebracht jetzt. Warum hast du ihn umgebracht? Der war innocent. Ne, weil er auf mich geschossen hat. Ich glaube, ich bin Traitor, ohne dass es da steht. Ah, Curry. Die reichen hier los. Ernsthaft. Wieso versuchst du überhaupt noch unschuldig zu tun? Nein, da geht es doch gar nicht drum. Ich bin doch Traitor. Ja, natürlich. Endlich siehst du mal. Was denn? Pan? Pan? Mann, Alter. Hä? Was denn? Hä? Was passiert? Ja, die Zeit ist abgelaufen. Ach so. Hier geht es doch gar nicht darum, ob ich, ja, hier geht es doch einfach nur um Kriegsführung. Ich bin nur innocent. Ich werde immer verdächtig, das ist eine Scheiße. Du hast dich immer verdächtig verhalten? Ja, so nicht verdächtig. Ja, ich verhalte mich immer verdächtig. Nee, also so richtig. Ja, aber so richtig. Aber du bist doch so omaverdächtig gerade. Du bist halt einer der besten Spieler, natürlich bist du immer verdächtig. Oh Mann, ey. Weil du bist so toll. Wow, oh wow, das war jetzt aber wow. Ernsthaft Pan, ernsthaft Pan, fällst du dich das so in den Rücken fangen? Nein, das ist jetzt mal, ich bin, ich habe eine gelernte Kinderpflegerin, ich weiß, nein, ich muss das so sagen, damit er sich jetzt nicht irgendwie, damit er die Motivation nicht verliert. Ach, der Curry verliert doch keine Motivation. Nach die Motivation nicht verlieren. Mediengeschalter, das bin ich auch, deswegen kann ich solche tollen Sachen hier. Oh. Was denn? Was denn? Wie erlebt das Böse? Guck mal bitte hier einmal, kann mal bitte jemand kommen? Ich bin innocent, keine Sorge, ich bin keine Gefahr. Ich bin, aber. Ich bin, seid ihr in diesen großen Raum? Ja. Mit dem, mit dem Tisch in der Mitte? Na, nein. Hm? Ich bin gerade beim Klavier. Oh Gott, ich kriege gerade ein bisschen Zahnschmerzen, das ist nicht gut. Hä? Na okay, ist egal, ist egal. Warte, warte, ich, achso, da bist du, ja, was ist denn mit dem Raum? Hier bin ich, komm, wo bist du denn? Komm mal, komm mal, hier bin ich hier. Ja, 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 das war gerade vor dem Glückskip, da musste ich irgendwie lachen. Weißt du das? Das sieht wohl lustig aus. Toll. Schön, ne? Toll. Tobi? Ja. Ich fühl mich geehrt. So, bloß weg. Wer ist ein Traitor? Ich bin's. Ich nicht. Curry, schieß auf dich, wenn ich dich sehe. Tu mir leid. Das ist einfach mein Job, weißt du? Was war das? Wenn jetzt jemand sagt, ich bin Traitor, dann raste ich aus. Hatte ich auch grad einen Server lag? Nee, es war grad eine mega fette Explosion. Irgendwo ist grad irgendwas mega fett explodiert. Dann ist Tobi Traitor. Nein. Tobi, du bist ja C4 Mann. Ja klar, die Pan hat doch vorhin auch die Leiche aufgehängt. Ey Tobi muss es sein, du hast dich verdächtig verhalten Tobi, tu mir leid. Tobi, du musst es sein, geht nicht anders. Ey du schießt. Mach nicht die Tür zu, hier ist kalt. Ich heiß nicht Curry. Wenn ich überführt bin, würde ich es nicht abstreiten. Geht das zu mir, ne? Ich hab's ja gar nicht abgestritten gerade. Natürlich. Nein, ich hab so gesagt, dass ich Traitor bin. Ja, wie lange hat das gedauert, bis du das gesagt hast? Hä, nein, ich hab mich doch nur drauf aufgerechnet, dass ich immer verdächtigt werde. Sind zwei verschiedene Sachen Tobi. So, und deswegen verdächtigst du jetzt mich. Du schlägst also quasi... Hä, ich hab doch gar nicht gesagt, dass du's bist. Natürlich. Hä, das war nur Spaß. Hä, ist das da jetzt Curry? Du Binador. Ach ja, ist das schön. Hey. Hey, bist du hurt? Oh mein Gott, James Bond hängt hier. Ich hab mich selber gehörtet. Ach so, bist du ein... Pan? Emo? Ich... Ich wollte nur spülen, ob ich noch lebe. Ach so, ja okay. Ich lebe, weil du mein Atem bist. Bin müde, weil du mein Kissen... Okay. Was? Okay, Currys Traitor. Das war ein Angriff. Ja, sorry. Ich schließ mich jetzt im Klo ein, reicht mir jetzt. Pan? Hey, was denn? Curry, was soll das? Oh, äh, sorry. Was passiert da gerade? Was macht ihr auf dem Klo? Wo ist das Klo? Ich weiß nicht. Was, was auf dem? Was soll das? Doch hab ich jetzt die falsche Kabine gewählt, du. Ich schaue hinter ihnen. Er wird keine Kabinentür zu machen und hat sie irgendwo durch. Oh. Ach so. Oh, hier sind die... Tobi? Ja? Okay. Hi. Zumachen. Pan? Ja. Ich bin noch nicht fertig, ja? Ja, ich gehe hier rein. Ach. Ne, ich gehe das jetzt auch nicht zu. Nein. Mach die denn da drinne alle. Ich gucke über die Kabine. Was war das denn? Pan? Pan? Och, bitte Pan. Du warst das Pan. Oh. 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 Du Dreck-Sau. Du kleine Dreck-Sau, Alter. Tobi! Immer in der Kabine keine Melone reingeflogen, ey. Der Tobi ist ein altes Schwein. Der Tobi ist ein dreckiges Schwein. Der Tobi ist so glücklich, ja. Oh. Nicht schlecht. Wie wir hier alle liegen. Ah. Tobi, was ist los? Hat's euch hart beim Kacken erwischt, wa? Äh. Ja, richtig. Vor allem nicht, weil die Kabinen gelatscht sind. Leute, wir haben... Nur so als Info. Wir haben 46 Minuten gerade. Ja, geil. Eine Runde noch. Ist die letzte. Äh, Tobi? Ja? Wolltest du durch die Kabinentüren? Das ist wirklich die letzte Runde. Dann wechselt Edimap die Decke. Sonst immer irgendjemand beschweren hier wieder. Wechselt eh die Map, Pan. Tobi, du bist jetzt wirklich tot, ne? Uuuuuh. Boah. Okay, das ist Kill auf Verdacht, Curry. Geh mich. Los. Du bist Traitor, ich weiß. Curry ist Traitor. Okay, ich verdächtige dich. Ich glaub ich nicht grad echt Zahn. Mann. Oh, er war's nicht. Schade. Oh, das ist aber nicht gut. Da lag ich falsch. Das ist echt nicht geil. Scheiße. Wolltest du nicht eh zum Tarnarzt? Nee. Ich hab grad Tobi auf Verdacht gekillt, aber er war's nicht. Sorry. Nein. Ich will nicht. Tarnarzt macht Aua. Äh, Curry hast du Tobi gekillt? Ich bin grade zum zweiten Mal schon. Hä, warum? War der Verdacht. Ich hab nur Verdacht gehabt jetzt grade. Wie? Ja, hast du Verdacht gehabt? Nee, es war einfach so ne Bauchgefühl. Er lag jetzt falsch. Sorry. Curry. Was denn? Was ist denn los mit dir? Was sind denn so bittige Ausreden? Hat der jetzt gelungen? Hat der den Tobi wirklich getötet? Ich bin kein Traitor. Ja, ich hab den getötet, aber ich bin kein Traitor. Äh. Hä? Also Pan hat er nicht längst töten können. So, Mindgames, Freunde. Ab geht's. Ich halb mich raus. Hä? Wie, Mindgames? Natürlich bist du Traitor. Wie? Du hast doch den Tobi getötet. Bin ich Savetraitor, ja? Ja, natürlich bist du Savetraitor. Ach, okay, okay. Hä? Hast Tobi getötet? Flüchtet sich mit dem billiger Austreten? Ja, aber warte mal. Sollen wir mal... Weiß nicht. Sollen wir Leiche... Also wenn er das zugibt, dann ist der Tobi wohl tot, oder? Ich hab's ja... Ich hab's... Ich sag's schon zum vierten Mal, dass ich den Tobi getötet habe. Aber war halt Verdacht. Entschuldigung, Tobi. Ja, Bauchgefühl. Was? Ja, eben. Kann man doch mal haben. Lag jetzt falsch, weißt du? Ja, ja, gut. Aber jetzt sagt mein Bauchgefühl natürlich, hm, Curry. Ja, ja, das kann ja sein. Hm. Kannst mich auch gerne töten, dann. Hab ich auch nichts gegen diesmal. Echt. Also angenommen, du bist es nicht, dann muss es ja die Pan sein. Müsst es die Pan sein, ja. Oder du? Ich hätte ja schon ein paar Chancen jetzt gehabt, oder? Ja, stimmt. Ja, stimmt. Das hab ich auch gesehen. Aber vielleicht wartest du natürlich drauf, dass ich auf Curry schieß, dann schießt du mit und dann auch auf mich. Wer hat denn grad gesagt, hier, lass die Mindgames beginnen. Ja, ja, ich weiß. Ja, also. Ich muss Trader sein, Pan. Ja, das ist... Das macht er halt extra. Aber er gibt zu, damit man das... Ah, Curry, ey. I hate you. Ja, dann erschießt mich doch. Oh. Da war wohl ein Baby, ne? Schade, dass ich Trader bin. Ach, Leute. Du alte Mistflitsche. Pan, ey. Sorry. Dreckige. Du beleid. Ich mag Kaffee. Ne. Der ist bestimmt vergiftet. Dann ist das doch immer so trauriger, dass der Curry mich tötet, obwohl er innocent ist, ne? Na komm, Tobi, das ist nicht dein erstes Mal, also. Ja, das stimmt. Alles gut, Tobi. Das ist nicht dein erstes Mal gewesen, Curry. Er wird dafür böse. Er wird dafür böse. Okay. Mach den Pisser platt, Pan. Bitte. Ach, Tobi, schade, ey. Curry, ich halte zu dir. Was? Ich hab dich zu Unrecht verdächtigt. Ich wollte gar... Ich hatte... Ich will kein schlechtes Gewissen haben, wenn... Okay. Ich würde doch keiner freiwillig halten. Das ist voll furchtbar. Das geht bei mir so schnell immer. Ja, bitte aufschauen. Ich hab's gesehen. Pan, vielleicht bist du gar nicht Trader. Ich glaub, du bist nicht Trader. Können wir uns treffen kurz? Pan, tötet nicht auf Verdacht, so wie du? Ne, es war ja kein Verdacht. Stimmt. Du hast es nicht mal gehört. Tobi. Einfach nur, weil ich grad Bock drauf hatte. Tobi, du bist doch auch tot. Stimmt. Ich glaube, ja. Wir sind wie Tyrell und Deckard Camp. 400 Jahre Dschungelcamp gucken. Geil. Okay, was meinst du, wer gewinnt von den beiden? Ich hoffe, Pan. Ja, ich muss leider zu... Ich muss dich leider zu Curry halten. Nein, musst du nicht. Hier fehlt was. Bei mir fehlt was. Bei mir fehlt was. Bei mir fehlt was. Bei mir... Ne, weißt du ganz ehrlich, Curry auf Curry hab ich keinen Bock mehr. Ey, 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 ey. Curry ist so ein richtig blöder Wichser. Der killt mich einfach so. Ganz kurz, dieser Potato Launcher, der fehlt bei mir. Ne, der ist ganz unten. Ganz, ganz unten ist der. Der hat aber kein Bild. Ne, das ist der Melon Launcher. Nein, nein, nein. Der Melon Launcher hat ein Bild. Das ist die Melone. Ganz, ganz unten. Ich hab keine... Naja... Okay, das kann auch sein, dass er wirklich bei dir fehlt, klar. Tobi tut mir leid, ich wünsche dir noch einen schönen Abend, Tobi. Ja, dann haben wir jetzt 51 Minuten. Das ist, glaube ich, eine der längsten... Oh, schön. Oh, schön. Das wird lang gedauert. Ich muss in die Haia. Ich muss in die Haia. Ich bin am Limit, Freunde. Ab geht's ins Haia-Bett. So machen wir's. Ja, ich hoffe, heute war auch wieder okay. Jo. Ne, Tobi? Ach Tobi, komm schon. Weißt du, Curry ist einfach so ein richtiger Wichskrüppel, ganz ehrlich. Bin ich mit einverstanden. Hast du recht, Tobi. Du darfst alles zu mir sagen. Ah, ihr seid so süß. Wurde doch im Reagenzglas gezeugt, der Junge, ganz ehrlich. Das stimmt, Tobi. Das stimmt. Der geht auch hier in einem Schlafen. Fetter Chemie-Unfall ist der Junge, echt. Ja. So ein Reagenzglas-Borg. Tschüss. Pa, Tobi. Tschüss. Achso, ja, stimmt ja. Tschüss. 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 Tschüss.